Musik Silke und Wolfgang Hillesheim, ein Winzer-Ehepaar mit Liebe zum Beruf. In Kaub am Rhein bearbeiten die zwei circa drei Hektar Steillage. Vom Vater hat Wolfgang Hillesheim den Betrieb übernommen und arbeitet jetzt mit seiner Frau Hand in Hand. Aber dennoch sind die Aufgaben klar verteilt. Meine Frau, die ist natürlich ein Organisationstalent. Sie macht die Büroarbeit, Internetauftritt kontrolliert sie. Sie hilft mir natürlich auch im Weinberg zugange, wenn die Handarbeit gefordert ist. Und ich übernehme mehr die schweren Arbeiten. Und so haben wir das aufgeteilt. Beide machen natürlich gemeinsam den Verkauf und es klappt ganz gut. Fünf verschiedene Rebsorten werden hier in Kaub bei der Winzerer Hillesheim verarbeitet. Darunter sind auch zwei Rotweine. Aber unterm Strich sind es 80 Prozent Rieslingweine, die hier produziert werden. Ja, hier am Mittelrhein ist natürlich der Riesling präsent. Wir haben über 80 Prozent der gesamten Fläche mit Riesling bestockt. Aber zunehmend auch Spätburgunder, Spätburgunder speziell ausgebaut, trockene Rotweine auch im Barrick. Und da haben wir gerade die Burg Gutenfels als neue Weinbergslage und die sehr kompakte, kleine Trauben da angepflanzt, die ein schönes Aroma bilden. Und als dritte ist natürlich der Petit Avin zu erwähnen. Das ist eine Sorte, die kommt aus dem Wallis, diese Rebe. Die haben wir hier angepflanzt. Und diese Rebe sagt man nach, dass der Wein sehr haltbar ist. Und der hat sich auch schon erfolgreich auf dem Markt behaupten können. Die Familie Hillesheim ist Direktvermarkter und beliefert die heimische Gastronomie. Aber auch weit über die Grenzen unserer Region hinaus wird der Wein aus Kaup geschätzt. Sogar bis in die Schweiz werden die Flaschen verschickt. Aber auch direkt hier oben auf dem Weinberg. Eine tolle Idee, sorgt für Begeisterung bei den Wanderern. Ja, wir haben hier ein kleines Häuschen für die Wanderer. Wir sind hier am Rheinsteig. Die Wanderer können sich hier kleine Fläschchen rausnehmen und in die Kasse 2,50 Euro einwerfen. Und können die Flaschen entweder hier direkt genießen oder mitnehmen. Für uns ist es ein Aushängeschild. Die Weine sind mit Gold ausgezeichnet und sehr gute Werbung. Bei den Wanderern kommt das Weinschränkchen richtig gut an. Aber nicht nur Weine werden hier in der Winzerei Hillesheim produziert. Auch Sekt und Brände gehören selbstverständlich dazu. Die Winzerei Hillesheim aus Kaup am Rhein. Wieder einmal ein schönes Beispiel für Direktvermarktung hier bei uns in der Region. Natürlich Rhein-Lahn wurde Ihnen präsentiert von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Lahn.